Silverstone, dritter Lauf zur Markenweltmeisterschaft. Für Porsche endet nach den Läufen in Mugello und Vallelunga diesmal das Rennen vorzeitig. Jackie X und Jochen Maas schieben es mit Fassung. Sieg für John Fitzpatrick auf BMW. Le Mans. Die BMW Teams stellen sich weiter der Herausforderung. Präzisionsarbeit auch in höchster Eile. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 für Mensch und Maschine so groß. Dieter Quester siegt auf BMW nach packenden Duellen am Nürburgring und auf dem Salzburg. Untertitelung. BR 2018 200 Meilen entfernt von dem Spektakel der Niagara-Fälle, die Rennstrecke Watkins Glen in den USA. Die Spitzen der Crew, Dieter Quester, Ronny Patterson, Jochen Nerpasch, Ryan Redman und Peter Gregg. Den kommenden Aufgaben sieht aber auch die Konkurrenz mit Gelassenheit entgegen. Im Gegensatz zu jenen Wettbewerbsfahrzeugen, deren Details überhaupt keinen Vergleich mit der Serie mehr zulassen, hat das BMW Renncoupé das gleiche Fahrwerkskonzept, das man auch im kompaktesten BMW kaufen kann. Immer dabei sind in Watkins Glen die zahlreichen Privatfahrer mit ihren bulligen, extrem getunten Wettbewerbsfahrzeugen. Peter Gregg siegt auf einem BMW Renncoupé in der Trans-Am-Wertung. Dijon, letzter Lauf zur Markenweltmeisterschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch im Sport ist jeder technische Apparat und sei er noch so exzellent ausgerüstet und finanziert, nur so gut, wie die Menschen, die sich seiner bedienen.